Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Donkey Kong 64. Ja, letztes Mal haben wir einen kleinen Rundgang hier gemacht mit Chunky. Nichts besonderes. In dem Sinne. Ah, ich hab doch in der richtigen Wille. Ich wusste doch, dass Ingrid kommen wird. Ist doch recht passend überlegt. Ja, ich hab aber mit Didi noch nicht viel gehabt. Wir gehen jetzt erstmal hier mit Chunky erstmal durch. Um wir uns erstmal hier mit Bananen zu füttern. Da haben wir gleich... Och, ist das gelb oder grün? Ah, grün. Sie sah ein bisschen bescheiden aus. Da haben wir... Oh, ihr Knochenmann sein... Sein dreckiges Gebüß raus. Aber jetzt kommt's bestimmt. Mindblow, wir kommen auf anderen Seite unten raus. Ja, genau, das dachte ich mir schon fast. Wäre ja auch zu gut gewesen, dass es da weitergeht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, haben wir nochmal von der Fresspatrouille haben wir nochmal eine Trulla. Mit der sprechen wir mal. Hallo. Oh mein Gott. Doch nicht. Können wir nicht Münzen abgeben bei euch? Hässt das Fleisch oder so? Ich frage mich ernsthaft? Obwohl die ganzen Bananen sind dafür. Kann ich mit Donkey Kong noch was machen? Fängt das jetzt erst hier so richtig an? Dann fangen wir mit Donkey Kong weiter an. Erstmal natürlich wieder Münzen sammeln. Äh... Durchback. Okay. Jawadidi. Das könnte... Die Frage muss ich mit... Chunky ist alles aufklatschen? Sind da oben die anderen Gitter auch so? Ich glaube wir werden das mal noch... Chunky mal eben durchprügeln müssen. Ananas. Zwei. Jetzt haben wir noch... Links haben wir sowieso welche. Okay, auf jeden Fall erstmal... Oha. Okay, weg! Ey! Oh! Oh! Oh ja, geil! Da haben wir... Oh, ne was? Die Bananen sind echt... Einfach geplaced hier. Ich wollte grad sagen, wenn ich sie jetzt die treffe, ne? Schreibt nur, weil ich bin dumm. Zum Treffen. Achtzig Stück. Genau, die restigen... Zwanzig Stück. Ich muss doch vielleicht plus minus paar welche machen. Nein, ich weiß, wie viel die anderen immer haben. Tiny, tiny, tiny... Okay, komm, wir weiter. Ich hoffe erstmal das alles fertig machen. Okay. 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 Ich frage... Wen muss ich bauen? Gibt es Antwort dafür? Nein, gibt es nicht. Das heißt, wir können hier erstmal rein theoretisch erstmal alles durchgehen. Tiny. Ist das Donkey Kong? Naja, das ist Lenky. Das ist Donkey Kong in der umflichen Ecke. So, das ist Donkey Kong. Das müsste Tiny sein, dann ist das Lenky, dann ist das Donkey Kong. Nee. Das heißt, jetzt kommt Donkey Kong? Auch nicht. Banane. Was ist denn jetzt... Wir können nicht? Okay, war Donkey Kong doch die richtige Wahl? Oder war es jetzt eine Optionswahl? Oder war es jetzt eine Optionswahl? Würde ich mich gerne interessieren. Kann ich mit... Ist das eine Optionswahl? Oder kann ich mit dem... Nee, kann ich nämlich nicht. Der hätte mich jetzt auch interessiert, wenn ich... ...das gemacht hätte. Einmal kurz Muten. So, auf wieder zurück. Äh, wo war denn jetzt Didi da? Habe ich nicht oben noch was mit Didi gehabt? Ich glaube auch noch am Rand war noch was. Oh mein Gott. Was kommt denn jetzt hier? Oh mein Gott. Was kommt denn jetzt hier? Oh da hat er mir. Oh da hat er... Oh da hat er... um irgendwas verpasst dass ich da irgendwas machen ist das dumm gemacht habe ich irgendwas bei frankie verpasst oder so hier haben wir was auf weiten schießen mit dem anderen haben wir was auf die ferne schießen hier gibt es doch einen typen der das puzzle nimmt und cranky aber cranky kann uns nichts geben das ist ein bisschen ein bisschen stupid da wechseln wir mal das war das unten lenken ist das ekelhaft wenn man ein die erkältung erwischt hat das im sommer liegt jetzt auch eher an heuschen bei mir ja ach du wartest nicht ich habe vergesst nicht auf die man schießt pack die trompete aus sagt ich ja nur es wird zu einfach sein es wird doch nicht zu einfach sein oh mein gott aber dann ist das so ein Ballon ich hätte glaube ich beim zweiten warten sollen ja ok hau mich nicht ich mache mal kurz einen cut wir sehen uns sofort gleich wieder hoh